und Moran aus Marsch mein Gott ich sag mir mal wieder zu schnell fahren er hat die zwei sind nicht du jetzt aber das war aber perfekt doch nicht wird doch nicht ich fahr mal irgendwie fährt er hier anders wie ich der Elien Mensch und der ist jetzt weiter geworden der Elien Mensch die Elien alle das war aber nix du wo war es auf gar keinen Fall das ist ja irgendwie kompliziert oh ich scheiße wo ich bin zu spät nach rechts ich bin nur noch sechster jetzt nicht siebter oder achter oder neunter Hello all schreibt ja das habe ich auch gleich gesehen Tränen von Skyrim ist es ehrlich ne ich weiß es nicht aber wegen Dragon ach so heißt es zumindest mal Dragon Dragonborn oh yeah ich bin vierter alter Falter 590 alter ich bin achter da nein die Runde ist rum ne scheiße na gut na gut na wie jetzt ist jetzt die Runde mal bei uns beiden gleichzeitig rum ah ja ja das ist doch schön ich bin vierter eiskalt auf vier gefahren nicht schlecht zweieinhalb 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 vor Ort weiße mein lieber Schorli ich hab grad mal null he das ist auch nicht grad viel so ist das Spiel echt amüsant ich möchte gern die Vollversion oder oh Gott das ist wieder eine Akrobatikstrecke jetzt da kannst du wieder zeigen was du kannst ne oder aber das ist irgendwie was anderes also das ist nicht mehr so alt komiert wie gerade oh mein Gott da muss ja die ganze Zeit links rechts das ist schlimmer als Kaiser haha da wirst du irgendwann trunken von haha haha oh ich muss noch links das ist ja auch so gut ne ui genau das ist wenn ich die Strecke noch nie gefahren werde da muss ich mich zurecht wenden ui hä was war das denn scheiße ja ich hab noch kurz vorm Ziel einen Stunt gemacht bis dritter ja sind auch erst drei im Ziel gewesen dann ich bin zum Schluss bis hier wieder 8er oder sowas ich hab gar nicht ich hab das gar nicht ich seh's doch jetzt schon ja so schwer ist das gar nicht also ich find's echt scheiße haha bam ach super mich um 1 32 verbessert den gleichen Platz wie vorher ja irgendwie leckt ist bei mir total bei dir leckt ja aber sowas von bei mir gar nicht wie gesagt mein PC ist nicht so leistungsstark sei also ja bei mir liegt sowas immer im Internet oh die Strecke kann es ja gar nicht fahren ich glaub wir sollten auch mal was trinken bevor wir spielen der Typ mit den Bierflaschen ist ziemlich gut ja verdammt fünfter uiuiui ja ich hab leider am Wochenende alles weggesoffen ich hab nichts mehr da h 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 s h h h h h d d h h h h ja du fährst dazu gar und gewaltvoll drauf los ich bin Pro muss am Anfang für uns eben relativ wo gradlinischer dran fahren war es sind die Situation hat mit dazu bald gesprungen 400 Meter zu weit gesprungen ich war wieder langsamer verdammt ich bin nur noch sechs da ich war eben irgendwie dritter oder so na jo ich war eben fünfter und jetzt fall ich runter ich hab's gesehen so jetzt aber ah jawohl oh super immer noch sechs da aber ich hab den 499. Local Record das ist ja sehr schön das ist doch geil ja das bringt mir gar nichts ich bin zwölft warum ich verbessere mich ständig um das immer schlechter das gibt's ja gar nicht was los ich glaube 500 Rekorde gibt's auf dem Server und ich bin 499 da das ist oh manu ich hab mich noch gerade so verewigt ah ne verewigt hab ich mich ja nicht denn wenn mir besser ist dann ist er weg das gibt es nicht es geht nicht besser ja es geht nicht verewigt meinst du ja und es geht nicht besser ah du willst es auch von dir weil Puh Gott ich bin zwölfter von 13.6 kacke das sind nur Cheater auf dem Server ja das muss ich auch sagen weil ich das nicht kann shit A01 Race hat sich gerade einer gewünscht nein nein es war perfekt die Runde war mehr als perfekt uiuiuiui ich fall hier nur noch rum verdammt nein oh shit mein Gott ey ich hab noch eine Chance uiuiuiui tatsächlich das wird oh das wird die perfekte Runde ich seh es schon kommen ja ist auch ich fahr voll in den Abstand zack ist oh naja immerhin die 465 steg Robb zu aber gut es hat mir nichts mehr gebracht von der Platzierung her das ist relativ doof in fast wird so reihe okay o es gibt so nicht auch gut nehmen jetzt schon auf ich weiß es nicht ich aber ich glaube wir haben zwei Runden aufgenommen ich glaube das reicht jetzt ja für den ersten Part wir sehen uns dann in Part 2 wieder auf Ardus Kanal bis dahin ciao ciao ciao